Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 6 Auftrag, isst Nahrung, während du als Passagier in einem Fahrzeug bist. Insgesamt müssen wir da dreimal Nahrung essen. Ich empfehle euch, besorgt euch einfach einen Wagen. In meinem Fall besorge ich mir den jetzt hier von der Tankstelle. Woher ihr den bekommt, ist total egal. Danach begebt ihr euch hier am besten zu Frenzing Fields, denn dort haben wir die Flawberry-Felder. So, jetzt holen wir uns hier einfach die Flawberries. Drei Stück brauchen wir insgesamt. Zack, nehmen wir noch einen als Reserve mit. So, wir geben uns jetzt hier einfach wieder ins Auto. So, fahren wir kurz einmal in Sicherheit. So, jetzt wechseln wir auf den Beifahrersitz, indem wir einfach den Stick reindrücken und hauen uns die Bären rein. So, noch die dritte. Zack, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao! 社群-Grepen-Grepen Ciao! Vielen Dank.